Ja, einen wunderschönen guten Tag noch einmal, liebe Leute. Ich hatte eben kein Internet mehr, deswegen habe ich mich verkrümmt in mein Bett gelegt und geweint, ganz, ganz tief. Dementsprechend, ja, gab es kein zweites Video und zwar sollte eigentlich noch Skywars kommen, eine coole Spider-Man Challenge. Der kommt dann aber morgen dafür, aber mein Internet geht wieder und dementsprechend werde ich gleich streamen von 20 bis 23 Uhr wieder mal Rocket League und ich entschuldige mich dafür, dass heute wirklich nur mehr oder weniger Infovideos kamen. Es ist eigentlich Seltenheit, aber ohne Internet kann ich eben nichts hochladen und das erste Video war eben so gewollt. Dementsprechend, bitte verzeiht es mir, dass es heute ein bisschen, ja, ein bisschen lower Tag war, was das angeht. Ab morgen geht es ja ganz normal weiter und eben gleich im Stream auch. Link in der Videobeschreibung zu dem Stream und dann sehen wir uns dann morgen wie gewohnt wieder mit der Spider-Man Challenge und eben andere Videos. Hauen Sie Ramps, dann machen Sie es gut. Tschüssi!